wie mein schotgewehr gegen die abschneidet ich habe sowieso probleme mit diesen eingepanzerten leuten die neuen kopf hier als schwäche haben tipps aus dem trainingshandbuch keine panik die sterben dauernd get good ja ich höre schon welche ich will über den zaun schießen wenn es geht danke ja ich stehe so blöd gerade erstelle ich noch blöder man ist natürlich zum öffnen okay was hat ja das ist nicht witzig hätte ich gespond was irgendwie ein schild um mich herum ja ich hatte ja glück und ihr seien das ist ja so noch gar nicht auf der karte angezeigt da musst du ohne leider weile da muss ich ja ein bisschen carry da bin ich auch voll gut drin da ist etwas na gut so ist eine höhenbombe wieder immer machen müssen ich glaube ja also wie er so ein turm sonnet hat er nicht mal getötet da ist noch so eine tür schießen einfach von hinten ab oder sondern eine sorge was irgendeine waffe gedroppt diese lange benutzen flammenwerfer das als gar nichts trotzdem mitnehmen was etwas oder was goldenes gar nichts trotzdem irgendwie schneller bekommen diese probleme mit denen abnehmen mein videos nicht ich will die gar nicht da und dann habe ich meine kanate reingeschossen leute nein nicht meine pistole hat und spritzen falls sie baus kanaden ich nehme an wir machen den turm kaputt ich mache mir das abläuft okay ich nehme alles lieben fest was war wow komik nämlich alle noch leider mich vorbei mal reinfliegen wenn es geht ja mit der ist doch immer irgendwas hey warum trittst du das ding mit zum müssen mit dir nicht los er hat jetzt hier hat er einfach getreten muss ich hatte ihn nachkampf angefangen wir machen jetzt kaputt ich war gerade darum aber also war was ist mit denen da stehen alle voll breite als er vollgebracht was in welcher richtung nassauern ja wie sitzt mit einem mit ein gewehr aus kannst du jetzt bauen ja ich auch immer ein gewehr ist jetzt auch gleich wieder fällig nochmal leute mal noch gar schon ja genau getroffen damit klingt als wer hat spiel jetzt voll die mächtige erde eingedroppt ich habe immer noch die funktion kriegt dann dafür immer zwei ich bekomme nicht genug für meine genannten bist du nicht alle gebäude zerstören na klar naja gott war ausstellte ich habe gerade eine granate gegen die woche ich wollte mich an den atst jetzt immer anschleichen von hinten so ein bisschen sein kaputt machen warte mal hier sind so so fester reichstaat warte warte hier ist eine probe warte vielleicht mal raketen werfe eigentlich dafür auch raus ja stimmt ich meine meere ich dachte ich dachte ich bin mehrere mal zeit zu sparen halt wenn man hat mehrere sind ja ich kann das machen ich habe ja unendlich munition aber man lassen mich in ruhe alter ja ich habe es wenn man sieht wie dir da oben sind wir gelandet war gerade die droppen alle vom himmel da oben an den klippen gelandet sind alle runtergefallen auf den atst geschlossen als ein kleiner typ nur aufgetaucht so hallöche die kommen wir mal einfach so hallöchen hallo so ohne animation einfach hier sind einfach so bedroht aber müssen wir ja machen er hat so aber ich glaube wir müssen ja was bauen oder so näher ans ziel gehen hier in die grütze ok jetzt motion au und eigentlich nicht ja ja was er in den schilder mitgenommen auf einmal ich ging ja funktioniert das teil so muss man immer aufklaren werden irgendwie sollte ja er lässt sich von allein auf wenn der dauerne ist 100 meter ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja wenn wir für dich c4 und erwarten und erwarten und erwarten und ich warte auch zu spät das ist ja los aber ich habe mich angeschossen mann au warum war es eliminiert von daniro kohlenbad ich hab doch gleich gemacht wie habe ich mich dann selbst erledigt ich wollte nur gott zwei hängen geschütze gepatzt hier warte macht haha ich habe den high ground da oben gespawnt nämlich runtergerutscht aber ich habe es aber überlebt da bin ich aber nicht ich bin da runter wird von einer ganz ganz oben wenn wir habe ich dann überlebt fall schaden ist nichts im gegensatz zu fallen ist ein halb da hinten ja komm ich aus ja schloss und schild aber da was war das du wasser voll daneben jetzt kommen wir ja die dinge getroffen ich habe einen striker eingemacht okay ich habe einen striker eingemacht okay interessant dann läuft da eben heute ja mit so alt aber ich habe gedacht er wird nicht suchen weil er dahinter im geschütz steht ist aus dem geschützhaus gegangen und verstärkung rufen da kommt mein daneben dann ein ding ja was er direkt damit ich habe geschossen kollege nachschub so hat gotter als geist unsere mission aber okay dann gehen wir weiter doch mission habe ich schon aber spritzt glaube ich nur eine sehr gut also was ich dazu sage da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt so ein halb da oben ja ich mache schon mal erlebt noch da wird steckt irgendwie fest nein 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 n aber gerade jetzt hier ist noch munition falls du brauchst gerade durch den felsen bei der gelaufen genug heute hat gesehen wie wir ja abgeräumt haben heute hat sich gedacht so jetzt ärgere ich die beiden waren wir für schlimmer kannst du noch werden gar nicht ist die antwort ich hasse sand es ist überall das ganze das ganze nachschub sporen naja mal sehen die nötige vorräte sowohl zweiter nach zwei raketen wo ich werde er landen oder wird er nicht landen er landet sowas ist ja wieder gleiche layout immer so ein kleiner felsen wenn so ein großer felsen ich gehe mal da oben wenn plötzlich meine geschütze darum an der warte meister perfekten gegner von dahinten kommen wir auf uns zu das macht man ja weg weil ich sehe nämlich gar nicht ständig hinter im felsen war heute wo sei da was ich habe das landungsschiff über mir abgeschossen ist hat unter mir jetzt hat über mich runter gedroppt das ist voll auf mich drauf gefallen ich bin extra runter gesprungen aber hat nichts gemacht dreck jetzt ist dann schon wieder darunter gepurzelt blöde geschützt ich finde immer irgendwo anders hinpacken rollt hat wieder den ganzen mit darunter ich habe mich zweimal abgeschossen du bist immer noch gerade noch ein geiler tod meine knarre liegt ja noch in der luft jetzt habe ich mein rucksack wo ist mein gewehr hier oben müssen wir sagen wir sind ja fertig nein man rakiet mir fest da oben ich komme da nicht dran hier waren wir noch 14 minuten was wir sind passiert das ist eine große fabrik haben wir geschaffen also meine proben irgendwie gesammelt irgendwo in der mitte bin ich untergefallen die kombination von dem markier verliebt tue ich so verwirrende hatte ich über proben ich weiß auch gar nicht ich glaube wir sind gar keine er ist gar keine oder wir haben eine seltene proben haben wir viele ich habe schon der markiert mehr verliebt aber ich komme da nicht an aber sogar das schiff abgeschossen und jetzt runter gefallen direkt auf mein kopf vielleicht von der anderen seite auf der trifft von was ich glaube ich glaube jemand hat ein fahrer so abgeschossen ich bin natürlich wieder angezündet worden ich habe aber keine proben die sind alle auf deinen schultern und das wenn wir die verlieren ist er deine schreie wo ist mein zeug das ist meine knarre immer luft und ich wollte auch schon da war gar nicht hat rothaufe karte aber das schaffen das eine große fabrik glaube ich ja ich sehe es doch mal sehen er hat mich schwerer was meine rakete geflogen bohr ich wollte die fabrik 10 mit meinen raketen werfen aber das ist er halt wo kommt ihr auf einmal alle dann kommt ihr auf einmal her da kommen auch eine menge gegner meine rakete verschwindet ein paar im flug na kollege geht's jetzt euch gut woran seid ihr gestorben so kann ich bitte mal treffen damit rakete auch mal trifft oder explodiert kontakt macht aber nicht in den staffel naja drehe ich mal um kollege ich glaube ich habe mich auch die ganze sagen wir schon irgendein geschützt die kugel ich bin die ganze geradet ich habe die ganze kugel war ich habe schon gewohnt aber da war dann dass man das dann das ich habe nur so eine salve die ganze zeit war vor ich dachte aber irgendjemand der hinter so ein geschützt irgendwie sitze aber man geht mir vor ist nicht nachgeladen da bin einmal angeschossen aber noch so ich glaube wir sollten in richtung ausgang schon mal ja zwei ich habe zu zweit naja also noch zwei sachen auf dem weg können wir ja noch mitnehmen habe ich auch keine raketen mehr hat sich gerade na verdammt jetzt habe ich nachschub gesprochen aber jetzt eine fabrik ich war so war ob ich die kriege aber diesmal sehe ich das fast nein verlappt nein verlappt ich gehe da nicht getroffen würde ich okay tun wie gut und denn WITH jetzt sind wir hinter der ah nein was sagt heute mein gott kommt ja leer so viele gehen einfach gar nicht geworfen wie blöd jetzt aber wir haben auch schon mal richtung ausgang und falls sie noch spielen wollen dann sollen wir mitspielen hinter dir ich weiß nicht allein ich habe sicher nicht einfach zu sterben das verschwendung jetzt noch eine probe gesagt haben wir noch fünf minuten so habe ich meinen nachschub ein gesammelt egal was ist dahin los das ist natürlich da waren wir schon was dann spritzen spritzen munition sind hier noch ich habe nur so blinkende lichter überall gesehen ich habe erst gedacht was ist das für eine mutation die da gerade los da müssen wir uns ein langer ja wir machen ja dann hat spaß wir haben uns prächtig dann kannst du ja legen und dann denken aber meine mine leute da wird der wacht man mal diese so heftig da hat schon wieder leute gerufen können wir es dann hier noch genau verdächtig aus terminal wird ziemlich offen jetzt noch wenn wir am anfang geworfen können nein nein er will auf mich drauf stampfen stehe nicht auf diesem fetisch ich werde das leute auf mich steppen naja ja 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 da hinten aber ich habe keine spritzen da wir haben nicht mehr zeit sowieso mal waren ich bin eigentlich aber ich habe hier verfolgt von allem ja ein spiel ja aber ja aber das war gedauert der gst mit ja 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 ich hab nie ja 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 leute ich habe versucht aber sind so viele gegner ja ich habe nur eine probe so ziemlich schnell ich aus naja er ist dort okay du bist ja da direkt du sollst dich da abfreien du blödes hey er macht mich fertig das ist jetzt auch abgeprallt leute oh mein gott und bei nein soweit ich wollte sagen weiß was du noch hat hier ist eine probe war noch eine probe leute ich möchte nicht ne da ist ja blöden fischer dann sind wir so viele proben wir können nichts mehr rufen sich ich kann die evakuierung die zeit so ein bisschen flöten aber die radarstation haben wir nicht mehr geschafft ich habe versucht zu aktivieren aber waren so wir gehen aber da war ja alles andere haben wir geschafft zwar mit ein paar bugs aber dann selbst wenn wir gegen die roboter kämpfen sind wir nicht vor pack sicher entscheiden wir uns noch nicht gegen die insekten ja faust nach oben die demokratie ich mache immer noch 14 proben okay dann der nächste evakuieren also was lassen wir mal irgendwas holen irgendwas neues mit neuen orbital schlag oder irgendwie so kann man brauche ich denn ich brauche eigentlich gar nichts geschützt ich habe mal ausprobieren der statik feld arbeit solch eine nahe mit mörser man hat die fabrik zwei mörser ausprobieren statt der raketen geschützt war mal so eine festung sehen mal gucken was das bringt aber ich bin ich wo ich irgendwie nicht so glaube dass der irgendwie ja so eine ding sehr kaputt haben kann fabrik aber mal ausprobieren dann habe ich schaden sehe ich es ja nein das ist nicht das richtige da ist okay so was dieser ziel das ist eigentlich noch so ja ja manchmal rettet er mich wo ich es nicht mag wie den sein laser immer so nah an mich heran ist ich okay wenn wir nicht dann mache ich ja ich sehe den dann mach mal den als erstes denke ich an ist auch der blau auf naja es hat nicht aber okay dann gehen wir mal gucken so ich habe eigentlich mit den abschließen der ja da bleiben wir jetzt gar nicht mehr stehen wenn wir droppen die tue schon am vorbeifliegen irgendwie droppen ich frage aber das ding irgendwie gar nicht stiller hätte ich war gar nicht treffen nein ich will nicht die lau ich will die proben nein ich will nicht die lau ich will die pro jetzt nämlich die ganze zeit diesen blöden zettel ich werde ich die lau wissen wir müssen wir müssen freiheit bringen das heißt was ich wissen muss so ein störst in einer kaputt müssen wir sowieso machen weil andere ziehe glaube ich da in der nähe ist ja okay weil jetzt instinktiven art da rein schicken aber habe ich mir gedacht naja geht ja nicht die kriege ich gar nicht mehr lassen fest und kann sie kaputt ja naja ich habe gerade vorgelassen naja leute bitte war auch meine rakete tut manchmal nicht extra wenn ich in die festung da rein schieße da gibt es nicht ich tue genau auf die schießen du hast genau in der drohe da rein landen oder was wir sehen könntest nicht du wirst es sehen da hatte war da muss ich sagen wir noch irgendwelche ich habe ich gerne jetzt geschützt wenn es sein muss wir haben wieder wird hinter nein 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 kein so leute wer du triffst mich aber ich war kurz das fabrik kaputt mit einer adler ja bei mir war eine riesige explosion gerade ich dachte jetzt mein adler jetzt bei mir explodiert aber ich habe den genau da hingeworfen ich habe ja vor natürlich steht hier noch einer ich werde neun eliminiert von dann ihre kunden ich wurde eindeutig von der rakete getroffen ja ich war jetzt verstehe ich muss von mich selber erledigt heute ja genau schwarz mich da rein was schmeckt mich auf die gegner ich war jetzt dann immer wieder na gut an hat sich gut angeführt da muss man zeug hier ist mein zeug ok probe eingesammelt meine proben eingesammelt die haben auf der platz geschossen ich sehe alles in der richtung die haben abgestellt fabrik haben abgestellt geschlossen meine ich hinter uns ist noch irgendwann weit rettungskapsel also ja mit blaues haben wir noch nicht gemacht haben ich komme sofort ein weil du bist schon weg alles klappt weiter meinen hier noch hier das ding war zwei proben normal ich denke mal ein adler ist irgendwie hat eine schiff gerade reingeflogen oder ich habe genau neben der fabrik patienten auf einmal war eine riesige explosion hintermacht da sind noch vorräterweise brauchst du mir diese dinger nicht auch kaputt machten irgendwie ist ich muss immer am klo bei unseren auch gottchen war ich das etwa ich habe eine wunderkarte an die lange gemacht ich kann nicht schießen also mit meinen personen du meinst ja habe ich ich wollte da gerade aufheben die granate sie kann so langsam geflogen ich wollte aufheben und voll wegwerfen ja daneben du weißt du was du bist du oben tust du wie ein nur vegan hier unten ist auch noch überlegen wie gut in der zeit deswegen komischerweise ja wo seid ihr euch was haben wir ja noch ein satellit irgendwie eine fabrik ist natürlich auch eine mine so wie auch immer da drin ist ich tue an alle auf die fabrik durchschießen diesmal ist sie so explodiert vielleicht wird ja auch irgendwie allerdings abgeschossen so wie du gesagt hast vielleicht hat das schiff hat auf mich runtergeplombt ist aber die mine dem ihr erledigt ich brauche nachschub probe die bräuchte noch mehr weiter geht's ich lebe den drang für explosion da wo die gefahr ist da bin auch ich ich kümmere mich um das chip ich habe daneben abgeschossen ich habe daneben geschossen jedes mal wenn ich kurz vorm schuss bin werde ich weggeballert von der rakete und da ist ein halk hinter mir oh mein Gott bei meiner position alter alter Leute ich bin ja sowas von tot Daniel ja ich kann nicht aufstehen ich kann nicht aufstehen ich bin tot ich wurde gerade voll gefestet alter aber der lebt auch das klar ja klar ich konnte ja nichts gegen wir machen ja ich habe auch den geschossen deswegen ja ich habe jetzt nichts gemacht aber ich wollte meinen ströck gegen den machen ey ich wollte dieses blöde schiff abkneiden jedes mal wurde ich von den granaten weggeballert ja ich habe doch darauf geschossen das war verfehlt aber aber ja weiß dass der raketenwerpertrupp ja weiß dass der raketenwerpertrupp ja weiß dass der raketenwerpertrupp dann steht ihr denn so auf feuerwerke wenn ihr so auf explosion steht ich habe nichts angesammelt ich bin auch hier gestorben sind die jetzt weg hat sie keine ja doch aber die sind hier nicht ja nicht gestorben wir sind aber keine proben alles klar okay sind weg wir haben sieben wir haben sieben und zwei also ich hab sogar keine vielleicht war ich das ja und wir haben noch ja noch eine angenehme menge finde ich aber der kommt näher da kommt näher ja wir müssen mal langsam unsere mission ja machen wir sind aber noch immer noch 22 minuten watt ich bin von vor lange ja 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 ich habe gesehen da okay 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 so müssen wir machen zivilisten aber ja tatsächlich ich diese zivilisten wie kommen die immer nur in solchen gefährlichen situation ich bin gerne mal ein bisschen weniger schein ich bin gerne mal ich bin hoch der geschickt ja 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 da warten wir mal so wie games kommen reportage irgendwie wohl ja wohl irgendwie gamer schlecht geredet haben muss ich leute aufgelegt haben ja nicht letzter zeit aber irgendwann mal war das irgendwie gamer schlecht geredet hat und nicht so gut angekommen ist ja irgendwie so ich stand die ganze zeit hinter der hat mich nicht bemerkt da muss ich irgendwie da muss ich meinen spaß haben oh mein gott ich stand die ganze der war mit dem rücken zu mir hängen gerät ich stand zu hinter den hat mich nicht bemerkt ja dass ich umgedreht und dann kam die v auf der stadt ich würde eigentlich ärgern ja wie so ein gorilla einfach keine ahnung wenn ein gorilla zu lang in die augen schaust dann drehen die durch genau wie ich deswegen schaue ich leute nicht in die augen wenn ich nicht ausrasten ich habe das war aber schon nein ok schelte schmelze dich ok also ja tür müssen wir öffnen ich bin sogar ein aber man ja 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 jetzt wechseln wir jetzt von einer tür zu anderen öffne dich willkommen aus 123 ich glaube ich habe vor den stern aber wegen die sich nicht letzte tür aufgemacht ich werde noch mehr freilassen auch wenn ich jetzt zurückgelassen werden naja passiert so dann haben wir hier noch etwas kleines unternehmen hat große ist alles auf dem weg von der evakuierung perfekt ja glaube ich nicht schlecht wenn man die also verbindet okay ich habe noch nicht mehr auf konsole ich habe nur gesehen wie auch pc leute machen ja dann auch noch so ein rad hat die öffnen können dann haben diese optionen da so was fallen lassen weil die alter geht es nicht drauf hm kannst du da sind das du darfst du da schon so wohl über dir da ne weil ich habe e maus habe ich gemacht gerade okay dreck ja 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 ich weiß nicht was ich da anders mache ich meine stürmer den gleichen winkel benutzen da ist was großes vor uns da sind geschützt haben auch schon gar nicht mehr lange wenn man mal gegen hat geschützt durch ein adler werfen ich mach mal wenn ich ein treffe oh gott hier ist eine bande neben mir da will ich nicht lang gehen da ist geschützt hatte ich bin genau hinter dem ich hab's getroffen aber er hält immer noch laut aus ich bin leicht so was man tot ja ich bin auch wenn ich habe mein mörder geschützt ich vielleicht auch mal platzieren können hier ja keine schlechte idee ja ich mache irgendwas naja ich muss gerade ein bisschen weg rennen also okay das war drin gerade explodiert mein mörder schützt auf den schießt auf den panzer ich weiß nicht ob er verbringt in der mitte ist ein adler da rein in der base sauer war der müsste jetzt eigentlich tot sein weil ich habe ihn genau darauf geworfen geht sonst gut aber mein muss ich mal nachladen da leute nein war noch eine fabrik man ich verzeihe mich von mir ich werde gerade überrannt von der ball ok so viel feuerwerke naja ich habe keine spritzen ich habe gerade nachschub gerufen vielleicht so was man tot ich habe mich doch noch gespritzt bevor ich mich getroffen habe leute oh gott alles ist schwarz weiß ich habe mich selber erledigt nein meine acht und drei proben ich habe hier nirgendwo aber ich bin schon wieder tot ich will meine proben wieder haben du hast doch nur noch eine das war erstmal die gegner jahre erledigen bevor wir hier rein rennen deswegen erledigen wir erst mal aber schon wieder ja dominatos dominatos nehmen darfst du mir meine ich tötete dich ja es war ja lang da ist doch irgendwas 100 meter so bist du ja wow die gehen also trotzdem am leben aber aber nein geh weg mit der wunderkirche die war für dich gedacht noch nicht näher ich habe gedacht wenn ich ein auge genau treffe kommt deswegen soviel zu uns in aber auf ihn jetzt mal richtig gesehen ja so er klappt ich will doch nur dass du explodiert darauf war ich schon die ganze zeit jetzt habe ich natürlich vom ersten meister hat der ex so die so zehn proben mein gott sind da viele leute ich warte mal schauen kann aber gucken ob der wieder ein erledigt ja das recht lieber abhauen sei immer weiter immer weiter immer weiter warum habe ich mein ich bin tot ich habe keinen spitzen das ist ein exklusives was spätzen sich positioniert da ja jetzt krieg ich denn da bitte einfach von dem laser weg gepostet ich habe mir ein visier ich möchte so ein winzigen kopf treffen ja ich habe nicht ich krieg da nicht hin bei denen aber ich habe doch jetzt so eine hohe präzision die ganze zeit reiziger genug dieser arketen werfer ja, ja, und jetzt hier weg geboxt Nein. So, ein paar da rein, ein paar da. Gott. Komm mal bitte da rein, Leute. Ich wollte hier noch spritzen, aber er hat sich schon selber. Ich wollte sofort auf dich loswerden mit der Spritze in der Hand. Keine Sorge, Alter, ich spritze nicht. Oh, ein Ding, aber verpasst. Gibt es noch nicht? Trotzdem drei Sterne. Da habe ich da an gedacht, meinen Mörser irgendwie auszuprobieren. Ja, vielleicht irgendwie hat er gebracht. Ja, gut möglich. So, was er da schweren Fabrik einfach. So, schießt und schießt. Spreng. Explosion. Explosion. Auszuprobrik. Bitte denn? Cool. Jetzt kann ich... Nein, ich habe immer noch nicht genug. Das gibt's nicht. Ja, wie viel hast du? 90. Ich glaube, wir haben genau gleich. Ich habe 77. Let's clef six. Fuck. … bearings. …